Was ist das, was ich mache? Was ist das, was ich mache? Was ist das, was ich mache? Na ja, ich mache das, aber ich habe das luxuriöse Problem, dass ich auch Gott sei Dank sehr viel drehen darf gerade. Da leidet die Musik ein bisschen drunter, weil die Zeit nicht da ist. Außerdem sind wir zwölf Leute in der Band und es ist sehr teuer, uns irgendwo hinzuverfrachten zum Auftreten. Entweder müssen wir reduzieren, dann können wir mehr spielen, oder wir spielen nur in München und Umgebung. Ist aber auch langweilig auf Dauer. Toll. Die machen das ganz freiwillig? Toll. Finde ich toll von München. Super.